Herzlich willkommen zum Schülerkonzert von Salzmusik. Ich habe mir in unserer Schule einen Privatunterricht Salzmusik hier im Salz. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh und sehr zahlreiche Lehrerschnitte hier heute Abend. Das ist sehr schön, wir haben fast keinen Stuhl mehr. Das ist ein Problem, das wir uns fast wünschen, die Personen am Platz. Und es kommen noch Stuhl, falls sie noch einen Platz brauchen. Ich dürfte in meiner Funktion mit tollen Leuten zusammenarbeiten. Und mit tollen Schülern zusammenarbeiten. Und begleiten.